Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu meinem Recap der dritten Folge der sechsten Season Game of Thrones. Natürlich Spoilerwarnung für alle, die die dritte Folge Oathbreaker noch nicht gesehen haben oder generell noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Kommt später zu diesem Video zurück, wenn ihr die Folge gesehen habt und diskutiert mit mir in die Kommentaren und so. Okay, gut, wir fangen auch direkt mal an. Es ist mal wieder einiges, einiges sehr Interessantes passiert. Am Ende der letzten Folge ist ja Jon Snow zurückgekehrt und ja, da geht es auch direkt weiter. Man hört am Anfang der Folge erstmal ihn weiter krass atmen und so und ja, es war schon ziemlich interessant, weil Davos steht da wohl noch so im Türrahmen und so oder ja und schaust du vielleicht, nein, es hat tatsächlich funktioniert und da kommt noch Melisande rein und sagt, oh, oh, vielleicht war ja gar nicht Stannis, ja der versprochene Prinz, der Saviour von allem, sondern vielleicht bist du es ja und überhaupt und Prophezeiung und bla. Ja, ja, okay, aber generell, was an der Wall in dieser Folge jetzt abgegangen ist, Oathbreaker, fand ich eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Vor allem, sie fragen Jon noch so, woran er sich erinnern kann, ne, meinte so, oh, fuck, selbst Oli hat mir ins Herz gestochen, dieser, oh, ich bin so enttäuscht und so emotional zerrissen, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall fragen sie ihn auch, was er halt, nachdem er gestorben ist, gesehen, gefügelt, was auch immer hat und er meinte, da wäre einfach eine Leere gewesen, nichts und ja, jetzt ist er aber wieder da, ist natürlich am Anfang erstmal sehr desillusioniert, weil er war tot und jetzt ist er wieder da und er ist sich nicht sicher, ob er hier sein sollte und generell hat das so einen ganz komischen, so einen ganz komischen Unterton irgendwie, diese Szenen am Anfang so, keine Ahnung, total supernatural und irgendwie, ja. Aber dann tritt er endlich raus und das war ein wirklich epischer Moment, weil da kommt wieder dieser coole Soundtrack, der so, so, so irgendwie episch ist, aber irgendwie doch auch nicht ganz so groß und dramatisch wirkt, sondern halt entspannt. Und wo kam der denn noch vor bisher in Game of Thrones irgendwie, immer wenn halt die Starks irgendwas cooles gemacht haben, so, ne. Und hat mich dann wieder auch an Rob erinnert und so, damals. Und deswegen war das schon ganz cool. Ähm, ja, Tormund meint, dass die Leute von der Night's Watch jetzt natürlich erstmal alle ziemlich, die standen auch alle so, wow, ich kann's gar nicht fassen, Jon Snow ist wieder da. Ähm, dass die alle denken, dass so irgendwie eine Achtgott ist und so und dann kommt noch irgendein dummer Peniswitz, weil er da am Anfang ja auch irgendwie, äh, ja, nicht gerade stark bekleidet lag, was vielleicht doch jetzt nochmal sowas für die, äh, weiblichen Zuschauer war, keine Ahnung, oder ob es einfach, warum auch immer, weil Kit Harington ja so ein sexy Boy ist und so. Also, I don't know. Aber, ja, Tormund macht noch einen Witz darüber, dass, äh, äh, sein Cock jetzt so klein ist für einen Gott und er deswegen gar kein Gott sein kann, ne, ist ja klar, ne. Und, äh, ja. Ansonsten, ich nehme jetzt auch schon mal das, was am Ende der Folge an der Wall noch passiert, da gehen wir nämlich nochmal zu der Wall zurück. Es ist ziemlich cool, weil dann, äh, werden die Verräter, die ihn abgestochen haben, ähm, ja, einfach mal alle, äh, hingerichtet. Und vor allem auch Olli, was halt einfach so purer Fanservice ist, weil es ja dieses Fuck-Olli-Ding im Internet überall zu sehen gab. Und, ähm, nun ja, nun ja, jetzt ist Olli halt tot. Ja, genau, dann stehen die da so alle, äh, am Galgen aufgereiht und so weiter. Und John geht nochmal so rum, irgendwelche letzten Worte. Und, äh, ja, also es war Thorn. Oh Gott, dieser Name immer. Äh, der schon seit Season 1 irgendwie immer, oh. Also, aber er war, man fand ihn scheiße, immer. Aber irgendwie konnte man ihn aus irgendwie einer Perspektive doch nachvollziehen. Auch wenn man sich so denkt, ah, es macht schon alles Sinn, dass er die Wildlings holt und so, weil, ja, White Walker und so, ne. Aber andererseits, man kann ihn schon noch irgendwo nachvollziehen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, es ist wie Olli. Einfach so, hey, hey, fuck it, ich bin Olli und ich bin jetzt voll scheiße plötzlich. Und töte alles und überhaupt, weil, ja. Und, äh, naja. Die gehen alle drauf. Dann kommt noch so der übelst lange Shot auf Ollis, ja, aufgeschwollenes, äh, blaues Face. Und, ähm, ja, dann kommt tatsächlich der Moment, womit die Folge dann halt auch geendet hat, äh, an der Wall. Ähm, dass Ed meint, hey, also, dass Ed zu John meint, hey, wir sollten die Körper verbrennen und so weiter. Und dann, äh, zieht John seinen Umhang aus und gibt ihm Ed und sagt, äh, mach damit, was du willst. Und geht vorbei und sagt, my watch is ended. Ja. Was ja dann auch so wieder auf den Titel der Folge, Oathbreaker, beziehungsweise, eigentlich bricht er sein Ding, sein, sein, äh, Schwur nicht, weil, ne. Er ist ja schon gestorben. Dementsprechend, das ist, es ist eine verwirrende Situation, ja. Beim Amt wäre das schwierig, weil, ne, es ist halt besonders. Äh, ja, und jetzt haben wir einen Jon Snow, der kein Lord Commander mehr ist, sondern, äh, ja, quasi einfach Jon Snow ist. Und ich denke, er wird jetzt in den nächsten Folgen so bei den Wildlings erstmal abhängen. Äh, ich hoffe sehr, dass Sansa, die ja jetzt, was man in dem, in der Preview zu, zur vierten Folge ja schon gesehen hat, zu Wall kommt, glaube ich, oder irgendwo hinkommt. Ankommt, irgendwo, mit Brienne und so. Ich hoffe ja wirklich, dass sich, vielleicht nicht nächste Folge, aber bald, äh, ihre und Johns Storyline kreuzen. Weil, ja, Stark Union und so. Genau, und dann, äh, ja, gehen wir jetzt aber mal weiter. Wir waren jetzt schon lange genug an der Wall. Das war auf jeden Fall gut und wichtig. Dann haben wir endlich Sam. Yeah, Sam. Die sind auf einem Schiff. Und, äh, mit Little Sam. Und, äh, wie heißt sie noch? Gilly? Ja, genau. Ähm, ja. Die wollen ja eigentlich nach Old Town, beziehungsweise zur Citadel, damit Sam ein Meister werden kann und so. Dann ganz viel Wissen und Know-how hat, vor allem über die White Walker natürlich. Und dann eher zurückkehren kann, Jon helfen kann. Wir kennen es so. Und, ähm, aber in der Citadel ist es wohl noch schlimmer als an der Wall. Ne, da werden keine Frauen geduldet von den ganzen Meistern. Und dementsprechend muss man sich was überlegen. Und, äh, Sam hat jetzt den Plan, zu seiner Familie erstmal zu fahren nach Horn Hill. Und sein Vater ist wohl, äh, stellt euch Tywin vor, Lannister? In Extrem, ja, und, aber er ist wohl auch so ein Strategic Mastermind irgendwie und so. Und seine, sein Vater ist wohl generell, ja, ziemlich krass drauf. Und ich bin mal gespannt, wie das noch so wird. Und ansonsten, ja, Gilly hat, äh, Sam als Vater vom kleinen Sam bezeichnet. Und er hat da generell irgendwie, war sehr krank oder hat die ganze Zeit gekotzt. Was auch so ein weirder Moment war. Weil man dachte so, küssen die sich jetzt gleich wieder? Aber, nein, dann kotzt er halt. Und das war so irgendwie der Moment echt weird gemacht. Ich glaube, das war schon Absicht. Aber es war halt irgendwie so, so eine ganz komische Stelle. Ja, egal. Äh, ja, das war schon alles, was da so passiert ist eigentlich. Und, äh, ja, aber nett, dass er wieder da ist. Und, äh, wenn man mal so überlegt, er weiß gar nicht, was abgeht. Er weiß gar nicht, dass John gestorben ist. Er kommt dann so zurück. Ach, hi John, was geht? Dann so, ja, ich bin zwischendurch gestorben. Jetzt bin ich wieder da. Ah, oh, und was hast du so getrieben? Ja, nett, schön. Naja, auf jeden Fall, dann, dann kommt es endlich. Oder ich dachte, es kommt endlich. Nämlich Tower of Joy. Wir sind mit, äh, Bran in einem Flashback unterwegs. Und, äh, es war ziemlich cool. Muss ich auf jeden Fall schon mal von Anfang an sagen. Äh, wir sehen Ned. Und wir sehen, äh, 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 Gott, wie heißt er? Helen Reed, den Vater von Mirror Reed. Also, den Vater von dem, ne, Mädchen, was die ganze Zeit mit Bran unterwegs ist. So. Und, ähm, ja. Da kommen sie halt da an und so, ne. Es ist, man muss sich das ja vorstellen, ist gerade in dem Kontext, wo gerade der Mad King draufgegangen ist. Das wird dann auch nochmal angesprochen. Und wo die Rebellion von Robert Baratheon, äh, gerade noch quasi im Gange ist. Oder beziehungsweise so ungefähr in der Zeit. Und, äh, ja. Liana ist verschwunden von einem Turnier. Und Ned ist jetzt auf der Suche nach ihr. Und hat sich da halt mit Helen Reed und ein paar anderen zusammengetan. Und Copeland hat er dann angeritten. So, und dann haben wir da, ähm, ja. The Arthur Dayne, was ja wohl nach der Lore, der, oder einer der krassesten, äh, Kämpfer aller Zeiten ist. Hier hat er zwei Schwerter. Im Buch hat er wohl irgendwie so ein super Special Schwert, was aus den Meteoriten, ähm, ähm, ja, geschmiedet wurde. Und irgendwie ganz krass leuchtet und so. Keine Ahnung. Hier hat er zwei Schwerter. Ja, gut, das ist wohl eine Veränderung hinsichtlich des, äh, der Szene im Buch. Beziehungsweise seines Kampfstils im Buch, besser gesagt. Weil die Szene gab's da, glaub ich, auch noch nicht im Buch. Ähm, ja. Und dann kämpfen sie, ne. Nachdem er dann gesagt hat, ja. Also, The Arthur Dayne, meine ich so, ja. I wish you all the best luck in the wars to come. Oder so. Und, äh, now it begins. Und dann kommt der Badass-One-Liner von Ned. No. Now it ends. Mit seinem, mit seinem Akzent. Und, ähm, ja. Ja. Es ist, ähm, es war cooler Kampf und so. Keine Frage. Das war eine coole Szene. Und dann kommt das, wo ich dachte, okay, jetzt geht, äh, jetzt geht's los. Es wird entscheidend. Aber dann kommt quasi Cut. Und, ähm, der Three-Eyed Raven meint wieder zu Bran. Nein, wir müssen hier raus. Du darfst hier nicht so lange in Erinnerungen oder was auch immer bleiben. Weil sonst wirst du mad. Und, und, ja. Dann gehen sie raus, sind wieder im Norden da bei dem Weirwood-Tree. Und, äh, ja. Dann kommt dieser Satz, den er auch mal irgendwo in irgendeinem Trailer gesagt hat. The past is already written. The ink is dry. Und, äh, meint noch so zu Bran, dass er alles lernen muss, was ja quasi so ziemlich krass noch wird. Aber er wird irgendwann da wegkommen. Er wird jetzt nicht die ganze Zeit da in dem Weirwood chillen, so wie halt der Three-Eyed Raven. Sondern er wird irgendwann wieder Richtung Süden reiten. Mit Mirror dann wahrscheinlich auch. Und deswegen meinte das Child of the Forest ja halt auch letzte Folge, dass, äh, Bran, Mirror noch brauchen wird und so. Ähm, ja, es ist schade. Wir haben jetzt noch nicht die absolute Bestätigung natürlich bekommen, dass, äh, irgendwas da genau abgeht. Wirklich im Tower. Ja. Ähm, ja, das wird, denke ich mal, später dieses Season kommen. Wahrscheinlich gegen Ende. Ähm, ja, weil das wäre dann die Bestätigung wahrscheinlich oder halt eben auch nicht, je nachdem, für A plus L equals J. Also, dass Rhaegar und Lyanna, äh, Johns Eltern sind, was ja heißt, dass, ne, Jon, Targaryen und Stark ist. Was halt schon ziemlich krass wäre. Und, äh, ja. Aber wir werden sehen, was da genau abgeht. Und, ähm, das kommt dann noch. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es einerseits gut, andererseits weiß ich nicht, weil ich davon halte so, dass sie es jetzt halt nur so halb gezeigt haben. Also, weil einerseits ist es fieses Antisen. Ja. Andererseits kann ich es echt verstehen, weil, ja, wenn sie es jetzt halt schon gezeigt hätten. Ich meine, sie haben ja alle schon Jon Snow in der zweiten Folge zurückgebracht. Und wenn sie das denn jetzt auch noch direkt verpulvert hätten quasi, dann, ja. Aber gut. Äh, ja. Dann sind wir bei Daenerys. Daenerys ist mit den ganzen, äh, Dings unterwegs. Und dann kommen sie quasi in, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt. Die, die Stadt der Dothraki, die sie da haben. Und, ähm. Dann kommt sie zu den anderen Witwen von Karls und dann meint sie so, hey, warum bist du eigentlich nicht zu uns gekommen, nachdem Karl Droger gestorben ist und so. Und dann meint sie halt, ja, ich bin Königin und so. Ich fand's nett, ähm, fand's aber jetzt auch nicht so spannend. Und ich, keine Ahnung, ich hab mich auch in den Trailern schon gewundert, weil eigentlich meinte Emilia Clarke ja, dass sie keine, äh, äh, nackten Szenen mehr machen will. Und ich dachte mir schon so, was geht jetzt hier ab? So, aber es ist halt smart geschnitten, kann man sagen, mal wieder. Also, ne, so, dass man nichts sieht, so wie in halt Season 1 oder, ja, ja, so wie früher halt, ne. Ähm, genau. Aber, gut, war jetzt auch nicht vonnöten, so, das soll's gar nicht sagen. Aber ich war halt verwundert, weil sie eigentlich ja gesagt hatte, nee, mach ich jetzt nicht mehr und so. Und, äh, dass sie halt irgendwie sowas überhaupt angehen, aber es war halt einfach dann gut geschnitten. Oder gezielt geschnitten, so. Ähm, genau. Und dann geht's direkt weiter nach Meereen. Ähm, Varys chillt da irgendwie im Thron, äh, Raum, Zimmer, whatever. Und trifft, äh, Valor, was ja quasi die ist, ähm, aus Season 5 kennen wir die schon. Die hat diesen einen, ähm, ja, Soldaten von Daenerys. Oh Gott, ich überlege gerade. Die Unsulli, genau. Ähm, heißen sie ja. Hat da irgendwie, keine Ahnung, ja, halt von den, Gott, ich hab's heute wieder nicht mit den Namen. Ähm, von den, ähm, Sons of Zahavi, verdammt, äh, ja, töten lassen. Ja, warum auch immer er zu einer Prostituierten geht, weil sie sind ja eigentlich ein bisschen, ne? Wir alle wissen, was mit den Anzahlen los ist, richtig? Äh, alles, das sind alles so Theons, theoretisch. Also, naja. Anyway, ähm, daher kannte man die schon. Das ist mir aber auch erst so mitten im Gespräch auch gefallen, so. Moment, woher war, ah, ja, sie war das, ne? Weil sie kam halt nur einmal kurz vor. Ähm, genau. Aber Varys meint so, hey, sprich mit mir und so, ne? Und erzähl mir Stuff, weil ich weiß, du hast ein Kind und ich weiß, das könnte ganz schön mies enden und so. Und ich biete dir einen Ausweg an. Hier, ein Schiff und ganz viel Geld. Nimm es. Und gib mir alle Informationen über die Sons of the Harp, die du hast. Und dann verschwinde. Ähm, ja, genau. Dann sind wir noch bei Tyrion, ähm, ja, quasi Ratszimmer mit den anderen beiden. Und, äh, er schlägt das Trinkspiel vor, was er auch mit, äh, Shae schon gespielt hat, damals. Äh, ja, aber dann kommt wieder Varys rein und sagt so, okay, wir sind ganz schön screwed. Gut, die Sons of the Harpy werden jetzt nämlich von allen aus Volantis und von allen, äh, Sklavenhaltern und so aus den Städten, wo wir früher schon mal waren, ähm, in Slavers Bay. Okay, ja, so bautet. Und dann überlegen sie halt, was sie machen, sind ganz schön screwed. Gut, und werden jetzt wohl irgendwie ein, kein Krieg, kein offenen Krieg, aber halt einen Kampf gegen die Sons of the Harpy führen, ne? Wird nett, aber war halt jetzt auch nicht, äh, da ist jetzt nicht unbedingt viel passiert, so. Ja, dann haben wir Schnitt nach King's Landing, wir haben Qyburn und wir erfahren endlich, oder was heißt erfahren? Wir sehen so ein bisschen mal direkter irgendwie, es wurde ziemlich direkt adressiert, ähm, ja, die Little Birds von den Varys immer, sprich seit Anbeginn der Zeit, sind Kinder. Okay, I guess? Ja. Und, nun gut, äh, lassen wir es einfach mal da, weil dann kommen Cersei und Jaime rein mit dem Zombie Mountain. Und überlegen irgendwie, wie sie den High Spiral töten können, ne? Ja, schön und gut. Äh, ja, was ich nett fand, war, dass wir danach noch wieder mal im Small Council sind, also im kleinen Rad, keine Ahnung, wie er auf Deutsch genannt wird, genau. Ähm, und da sitzen die Tyrells und so und halt, äh, der Onkel von Jaime und Cersei. Und, naja, dann kommen sie da so rein, so voll als Tag Team. Das war irgendwie echt weird, weil die lang, die, die, also wirklich als Team hat man die irgendwie selten so auftreten sehen, ist mir mal so aufgefallen. Beziehungsweise, ich hab's jetzt nicht so gefühlt, war's für mich, dass die selten so erschienen sind. Und die haben ja noch Zombie Mountain dabei und dann so, hey, okay, wir klären das jetzt hier. Wir haben Dawn, Dawn wurde übernommen von den Sand Snakes und überhaupt und ganz so viel krasser Scheiß. Und, ähm, ja, dann haben wir noch den High Sparrow und überhaupt ganz viel Shit. Und, ja, der Council hat aber keinen Bock, also die Tyrells und so, mit ihnen irgendwie zusammenzuarbeiten und sagen einfach, okay, fuck it, wir gehen. Und, äh, ja. Äh, Zombie Mountain wird auch ziemlich direkt adressiert. Es wird gesagt so, hey, das ist, äh, Gregor Clegane und so. So, und das ist echt scheiße, was wir da gemacht haben. Was, was soll das? Der wird uns irgendwann alle umbringen und überhaupt und, ja, wohl nicht so cool, ne? Wohl nicht so cool. Aber gut, äh, ja, das ist dann auch das, was da passiert. Dann haben wir noch Tommen. Tommen geht nochmal zum High Sparrow. Und das war, ja, ich weiß nicht, es war, ähm, er geht dahin, hat wahrscheinlich voll den Plan und so. Und will, dass Cersei nochmal, äh, äh, zu seiner Schwester gehen kann. Die halt, ne? Ja, und die irgendwie die letzte Ära weisen kann oder so. Und, äh, heißt Barrow immer so, nein, nein, bla, bla, die Götter, die Götter. Und generell, ich weiß nicht, ob Tommen noch irgendwie am Ende nicht auf seiner Seite steht. Sie reden dann über die, die Liebe von der Mutter, ja, von der göttlichen Mutter, die ja dann auch durch eine, äh, biologische und normale Mutter, durch eine menschliche Mutter herausscheint und was ja was ganz Tolles ist und überhaupt. Ähm, okay, I guess, ich weiß nicht. Ob Tommen dann, der wird, der lässt sich immer so leicht bequatschen. Es, ja, das wird noch echt weird. Weil am Ende stellt er sich noch auf die Seite der Götter und sagt so, nein, ich kann das nicht machen und überhaupt. Und Marjorie gibt's ja auch noch. Bin mal gespannt. Und sie ist ja auch jetzt im, äh, Episode 4, oder Folge 4, Preview-Trailer, ähm, zu sehen gewesen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm, ja, King's Landing war diese Folge, es war nett. Ähm, genauso wie Marine, es war nett. Aber war jetzt nicht so, wow, wow, da geht's ja voran. Hm, aber es war nett. Ne, ein paar schöne Sachen, es war definitiv cool. Äh, ja, dann haben wir noch Braavos. Braavos war echt cool. Also Arya, diese Folge, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Ähm, ich fand ja vor allem in Season 5 Arya's Storyline im House of Black and White immer so ein bisschen, naja, sie ist halt da und wäscht Körper, ne. Bis halt so am Ende oder geht raus und verkauft Muscheln. So, bis halt der, ähm, ganze Kram am Ende abgegangen ist. Äh, sonst fand ich das immer relativ, ja, hm, hm, nett, aber sich wirklich gut. Ähm, also nicht wirklich, was heißt nicht wirklich gut? Nicht wirklich irgendwie, ja, dass es mich beeindruckt hat oder ich gesagt habe, wow, das finde ich jetzt echt toll. Aber das fand ich jetzt wiederum echt geil. Da kommt nämlich so eine geile Trainingsmontage quasi, wie sie trainiert und blind ist und immer besser wird und überhaupt. Keine Ahnung, aber währenddessen, äh, wird aber auch so über ihre Vergangenheit gesprochen, ne. So, über den Hound wird nochmal gesprochen, über ihre Familie wird gesprochen und so weiter. Und dass sie ja vielleicht tot sind und dass sie gar nicht genau weiß, was abgeht, was sie redet über Sansa und überhaupt. Und am Ende, äh, kriegt sie dann tatsächlich jetzt schon in Folge 3 ihr Augenlicht zurück. Und es wird über ihre Liste gesprochen und dann so, hm, das ist aber eine kurze Liste. Und, äh, ja, das war ein komischer. Also, sie sagt am Ende dann nochmal Walder Frey. So, und dann guckt, wird sie so weird angeguckt und ich weiß nicht, das ist eine kurze Liste und so. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch die Chance bekommt, diese Season was mit Walder Frey anstellt. Ich glaube nicht, weil er ist halt in den Riverlands und das ist halt ganz woanders, aber, ja, wir wissen, dass er wieder auftaucht. Und wir wissen auch, dass Arya irgendwie ein krasser Ninja wird und, ja, wohl doch nicht mehr ein blinder Ninja, aber halt ein Ninja. Und, ähm, ich bin sehr gespannt, also, was Arya da jetzt noch abzieht, weil, ne, Frey Revenge wäre auch schon cool. Oder ob wir die Frey Revenge quasi durch Brienne bekommen, weil wir wissen, dass Brienne irgendwo in den Riverlands abhängen wird, aus diversen Trailern. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, aber Arya kriegt die Augenlicht zurück, äh, cool, cool, definitiv cool. Und, äh, ja, dann, was ich auch irgendwie schon überlegt hatte und ich hatte es ja auch in dem Recap von Season, äh, von der ersten Folge, glaube ich, schon mal erwähnt, den, die Figur. Wir sind in Winterfell und dann haben wir der Ramsay und er unterhält sich gerade mit dem neuen Lord Amber, weil im Norden jetzt irgendwie es Trend zu sein scheint, dass die kleinen Söhne übernehmen, ja. Ramsay tötet, äh, Roose Bolton ist jetzt Lord Bolton. Äh, bei Karstarks, gut, da ist es halt sowieso, da hat Robb ja sein, das ist, ähm, den Vater quasi getötet und deswegen ist jetzt der Sohn halt Lord Karstark. Und bei den Ambers ist es tatsächlich so, dass der Lord Amber anscheinend auch tot ist und, äh, wir jetzt auch da den Sohn haben, der auch ein ziemlicher, ah, ah, er meint so, ah, fuck Tradition, ah, fuck anything, ah, I don't kneel, I don't do anything, ah, because I'm Lord Amber, yeah, okay. Weil, naja, das Spannende ist, er ist bei Ramsay und, äh, ja, will sich quasi trotzdem mit ihm verbünden, weil er sagt, hey, Whitelinks sind scheiße und wir müssen Jon Snow die Whitelinks ausschalten. Und, äh, es geht halt so langsam schon in die Richtung, zumindest von ihrer Seite aus, äh, zu dem, zu der Schlacht oder zu dem Krieg zwischen Whitelinks und, äh, ja, den Boltons und den Häusern, die sich hinter den Boltons vereinigen. Aber, so, und jetzt wird's krass, wir treffen ein paar Figuren wieder, die wir lange nicht mehr gesehen haben, denn er hat ein Geschenk für Ramsay dabei, oder besser gesagt, zwei, ein Geschenk ist, also zwei Personen, und zwar einmal Osha und Rickon, die wir seit Season 3, glaube ich, nicht mehr gesehen haben. Und, ja, wir haben mal so überlegt, theoretisch, weil Bran ja nicht da ist, Sansa, naja, und Rickon ja der älteste männliche, ähm, ja, Stark ist, der wirklich auch Stark ist, weil Jon ja theoretisch noch ein Bastard ist. Ähm, ja, er ist ja quasi Lord Stark, und deswegen wird er auch so adressiert von Ramsay und so. Ähm, ich bin gespannt, was Ramsay jetzt mit ihm anstellt. Würde er ihn einfach töten? Würde er ihn irgendwie noch benutzen? Oder, würde er ihn als Druckmittel gegen Jon benutzen? Pff, keine Ahnung, und, aber sein Direwolf ist tot. Und, also der von Rickon, da bringen sie noch so den Kopf rein, das hat mich wieder so an die Red Wedding erinnert, wo halt Robs Körper da mit seinem, also mit dem Kopf von seinem Direwolf da bestückt wurde. Verdammt, Gott, die armen Direwolf. Naja, es war auf jeden Fall sehr cool, und ich bin echt gespannt, ja, und dann ging's halt, wie gesagt, zurück zu Wall, und das hab ich ja am Anfang aber schon erwähnt. Ähm, dann kommt nochmal diese Hinrichtungsszene von den Verrätern, und Jon entsagt der Night's Watch und ist jetzt bereit, äh, Ärsche zu treten, hoffentlich, ja. Und ich bin sehr gespannt, wir sind gerade mal bei Folge 3, ja, darf man nicht vergessen, wir haben jetzt noch 7 Folgen to go, da wird also noch einiges abgehen. Und, ähm, ja, ich fand's cool, ich find's definitiv cool, und, äh, freu mich, dass da jetzt wirklich die Starks endlich mal wieder, ja, geil, Stark again, wir da jetzt wieder was sehen. Ich fand's auch sehr cool, Starks nochmal in Action zu sehen, hier in Form von dem Flashback halt, und, ähm, ja. Ich freu mich auf die nächste Folge, äh, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Folge gehalten habt, dass ihr es hier von den einzelnen Storylines gehalten habt. äh, Jon Snow und so überhaupt, und auch Daenerys, und was generell so abgeht, ähm, und was ihr für Predictions habt, für die nächste Folge, oder für die nächsten Folgen, ja. Würde mich sehr freuen, bin ich sehr interessiert dran, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, tschau'sen. wie, wärm, wärm, wärm... der, ähm, wärm, wärm... Untertitelung des ZDF, 2020